Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Und zusammen gucken wir uns drei K-Pop-Girl-Grooves an, die in letzter Zeit neue Musikvideos rausgebracht haben. Und zwar haben wir Red Velvet, die auch heute ein Video rausgebracht haben. Danach haben wir Dreamcatcher, die wir immer noch nicht angeschaut haben, deren Comeback. Und Weekly, die gucke ich mir zum ersten Mal an. Ich nicht. Du nicht? Okay. Ja gut, bin gespannt. Vor allem Red Velvet hatte ich glaube ich eineinhalb Jahre kein Comeback gehabt. Bis letztlich war ich Psycho. Und ja... Ich glaube es hat Irene und Sergei. Stimmt. Ah, Monster. Das war echt geil. Gut, sie heißt Queendom. Let's go. Queens. Sergei, Wendy. Joy. Irene. Oh, voll hübsch. Stimmt, da ist Rina doch immer weg. Nichts. So schön bunt. Oh, Irene ist so hübsch. Okay. Schön outfit. Her face is super dark. Wow, das ist schön. Der richtige Vorwurm-Karte hier. Oh. ��-Karte hier. Ich nehme, Schei-Neh-Neh-Neh-Neh-Neh-Neh-Neh-Neh. Ich habe jetzt schon geöffnet. Oh, und bis zum ersten Mal. Oh, meinst du eher schulst in dich? Super-Karte hier. Ja, meinst du eher schulst. Ich habe das, ich mache. Dass es auch ein bisschen 여자 ist, wie dein Salzen Mal. Du bist sehr modern. Oh! Die Pfanne war ich, keine Hahne. Das war ich so aus. Das war's für heute. cool das musik war auch wieder schön und die mädels waren auch sehr hübsch hier richtig nahe es gehen wir ein like und gehen direkt mal rüber zu dreamcatcher die auch eigentlich nie enttäuschen meine liebe ich auch mal das bieters ok auch der hotez-settling Oh, facette change. Das war ja schön hier. Mit der Spiegelung. Ja. Und andere an. Guck mal. So eine Farbe. Genau. Und hier ist es sehr hübsch. Woopie. Okay. Dieser Sound ist interessant. Das sieht ja gut aus. 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 Das ist ja gut aus. Das ist ja gut aus. BGenius. Das ist ja gut aus. Das ist ja gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Gute namen Juge ni Hanfuge Harumdaan Krimero Schön Das hat diese ruhige Part Sehr schön Wow Tolles Musikvideo Nice Liken wir Streamcatcher Abonieren So Das ist Musikvideo hat mir sehr gut gefallen Nice Streamcatcher Jetzt hab ich auch Lust Gehen wir rüber zu Weekly Was mit 3E Holiday Party T Okay Interessanter Sound Ja Nee Ja 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 2 Das ist ein bisschen wasser. Das ist ein bisschen wasser. Das ist ein bisschen wasser. Schönes Stimmen hier auch Ey, cooler Tanz Schönes Hallens Wedder Moment Es geht Es geht Es geht Oh, Chao Party! Ja, cool... süß. Wow, interessant. Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, vor dem Video gibt es etwas ganz Cutes erwartet, aber war es ja nicht. Falt es hier schön, der Brief hat mir gut gefallen und ich gebe mir auch mal einen Like. 21 Minuten Klicks, also richtig gut. Und ja, Leute, schreibt in den Kommentaren, welches der drei Videos euch am meisten gefallen hat. Ich glaube für mich ist Dreamcatcher auf dem ersten Platz und Red Velvet und Weekly auf dem zweiten Platz. Ich fand deren Musik aber für mich schon so auf dem gleichen Level. Also, bei mir ist auch Dreamcatcher auf Platz 1, aber vielleicht auch weil ich ein bisschen live schwimmen. Das? Platz 2 würde ich knapp Red Velvet sagen, weil mir der Text einfach besser gefallen hat, sag ich mal. Und bei der Konkurrenz ist es keine Schande, auf dem dritten Platz zu landen. Ja. Trotzdem war das Lied ja nicht gut. Ja, war es wirklich. Hat mir eigentlich gut gefallen. Falls ihr weitere Vorschläge habt, andere Girl Groups kennt, die wir unbedingt abchecken sollten, schreibt es mal in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergiss nicht zu abonnieren für weitere Girl Group Reactions und dann sage ich noch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, selfy und bis zum nächsten Video.